yo was glaubt leute mein name ist fastland herzlich willkommen zu einem kleinen aber feinen sneaker sammlungsupdate ich habe mal wieder zugeschlagen und habe mir vier paar sneaker für die sammlung geholt die stelle ich euch jetzt gleich einmal vor und zum anfang könnt ihr mir schon mal einen daumen nach oben da lassen das würde mich sehr unterstützen wenn ihr wissen wollt was ich noch für andere sneaker besitze schaut einfach mal im ersten teil vorbei ich habe ihn euch unten verlinkt oder hier oben dann fangen wir einmal an mit dem airshorten 4 in dem red metallic colorway da kam ja ein metallic pack raus der rote colorway war ja extra für europa gedacht dann gibt es jetzt noch weitere nämlich einen orangen ich blende es euch einfach mal mit ein dann gibt es einen lilanen das war jetzt extra für die usa und dann haben wir noch einen grünen colorway der war jetzt extra für asien ich habe jetzt hier einmal eine us 8 bekommen das ist in eu die größe 41 wir packen den mal zusammen aus ich finde das ist ein echt cooler colorway auf stock x werde jetzt im durchschnitt so circa für 202 euro weiterverkauft ist ein kleines plus von circa 10 euro aber ich gehe mal stark davon aus dass dieser noch im preis steigen wird so sagt man nach ein bis zwei jahren dann noch ein kurzer tipp am rande solche schuhe verkauft man nicht auf ebay der ebay einfach nicht die plattform dafür ist für beispielsweise kleidung oder auch schuhe da könnte man theoretisch günstig einkaufen aber da gibt es andere plattformen dafür beispielsweise kleiderkreisel oder auch ebay kleinanzeigen beziehungsweise auch diverse facebook form dann geht es weiter mit einem nike air force one in einem dior custom das ist jetzt einmal die größe us 11 und in der eu die 45 die habe ich mir selbst gegönnt um sie auch selber zu tragen ich zeige sie euch einmal so packen wir sie mal zusammen aus schlichte weise nike air force one und hier haben wir einmal das dior custom ich finde diese schuhe richtig gut gemacht vor allem kam ja in dieser zeit wo ich mir die gekauft habe auch der jordan in der kollabo mit dior einmal raus da gab es in einmal ja in der high top variante und einmal in der low top variante ich blende euch einmal da die bilder mit ein und der high wird im durchschnitt zu circa für 9000 euro verkauft und die low variante wird im durchschnitt zu circa für sechs bis sieben tausend euro verkauft und da finde ich ist das auf jeden fall eine günstige alternative und ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr euch den air jordan in der kollabo mit dior einmal geholt hättet falls ja hättet ihr den selber getragen oder gerieselt und jetzt sind wir einmal in der mitte des videos angekommen und da gibt es natürlich wieder einmal informationen zu einem instagram giveaway das ich gestartet habe link dazu ist einmal in der bio es gibt einmal zu gewinnen jeweils eine lego minifigur aus der serie 18 und wir haben noch einmal dann geht es weiter mit einem handtuch nämlich von adidas x della mccartney und zu guter letzt gibt es noch einmal diese neue pokemon tin box zu gewinnen was sie dafür tun müssen sie natürlich auf instagram und weiter geht's und der dritte schuh ist ein 1er jordan in dem light smoke gray colorway dafür habe ich 160 euro bezahlt und dieser kam am 11 7 raus wir haben hier jetzt einmal die us 9 das ist eine 42 1 halb so schauen wir mal wie er aussieht hier haben wir ihn einmal im detail und wie ich finde ein sehr sehr gelungener colorway gefällt mir auf jeden fall sehr gut dieser schuh wird bei stock x im durchschnitt für circa 220 euro verkauft hat man schon mal einen leckeren gewinn von 60 euro und beim letzten schuh handelt es sich um den adidas die 350 v2 in dem cyan colorway den fand ich richtig richtig nice ich habe jetzt hier wieder eine us 8 das ist in deutschland die 41 dann schauen wir uns ihn einmal an eingekauft habe ich diesen für 214 euro und bei stock x wird dieser so im durchschnitt für 250 euro schon weiter verkauft ist schon mal ein leckerer gewinn ein echt gelungener colorway wie ich finde in letzter zeit kommen ja sehr viele jeezys raus und da hätte ich den sogar auch selbst getragen leider nicht meine größe ist aber nicht so schlimm hier gehe ich auch stark davon aus wenn man den so ein zwei jahre hält dass dieser noch ein bisschen im preis steigen wird und da sind wir auch schon wieder am ende des videos angekommen wenn euch das video gefallen hat können wir gerne ein abo da lassen und auch die glocke anschalten somit bekommt ihr immer eine benachrichtigung wenn ein neues video online geht und wir sehen uns definitiv im nächsten video haut rein bis zum nächsten Mal